Das Schöne an der Linken ist doch, dass sie jetzt tatsächlich mal die Wahl haben. Die anderen Parteien sind sich alle einig, dass Deutschland Krieg führen soll, dass Hartz IV bleibt oder dass die Rente mit 67 kommt. Das alles ist mit der Linken nicht zu haben. Und dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob wir nun mitregieren oder nicht. Entscheidend ist, dass wir stark in den Bundestag einziehen. Dass Sie mit Ihrer Stimme deutlich machen, dass diese Politik der Kälte endlich ein Ende haben muss. Je stärker die Linke, desto weniger werden die anderen Parteien sich trauen, nach der Wahl noch mehr Geld von unten nach oben zu schaufeln oder noch mehr Krieg zu führen. Deshalb finde ich es auch eigentlich eine richtig schlechte Idee, überhaupt nicht wählen zu gehen. Denn Sie haben jetzt die Wahl für Frieden und Gerechtigkeit. Und die sollten Sie nutzen.